ARD Der ARD-Radio-Tatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Chris, ich hab alles versucht. Sorry. Scheiße, Alter. Was macht man jetzt? Keine Ahnung. Wir sind schon vier Tage zu spät mit diesem fucking Geld. Was ist, wenn die jetzt ernst machen? Ich weiß es doch auch nicht. Fuck. Shit, warte, da ist was. Wo ist was? Mist. Mann, Alter, jetzt mach mir keine Angst. Woher sollen wir jetzt die Kohle kriegen? Ich hab keine Ahnung. Okay, treffen wir uns gleich am Eck. Ich hab noch einen Zehner. Es reicht für drei Bier. Okay. Wie lange brauchst du noch? Ich bin gleich da. Ich muss nur... Lukas! Lukas! Fuck, Lukas! Da vorne ist es. Hab schon alles vorbereitet. Wo ist der Deckel? Mann! Niebendier auf den Boden! Was ist denn? Hey! Hallo! Was soll das? Halt! Stopp! Was ist das? Das kannst du doch nicht machen! Hey, aufhören! Bring mich hier raus! Hallo! Ich steck doch hier drin! Ich steck doch hier drin! Zu heiß gewaschen! Ein ARD-Radio-Tatort von Ben Alexander Safier und Janine Lüttmann. Fuck, fuck, fuck! Wo bleibst du, Alter? Lass mich hier raus! Oh Gott! Bitte! Oh, scheiße! Sieh dir das gut an! Ich gebe das Geld zusammen! Versprochen! Verlierst du unser Geld? Lass mich hier raus! Verlierst du dein Leben? Scheiße! Wer hat ihn gefunden? Ein Magnetfischer? Magnetfischen? Was ist das eigentlich? Eine Metalldetektor, verlorene Ringe und sowas suchen, nur halt im Wasser. Und warum macht man das? Vielleicht findet man hier einen Goldschatz. Oder in diesem Fall eine Leiche. Moin! 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 Bereit? Ja. Also, sowas Widerwärtiges habe ich selten gesehen. Wir haben den einfach in die Kiste gesteckt und dann in die Weser geworfen. Wissen wir, wer der tote ist? Nein, hatte nichts dabei. Keine Papiere, kein Handy oder sonst was. Aber der ist nicht älter als 20. Hallo? Bist du hier irgendwo? Hallo? Hast du einen Zettel? For real jetzt? Bin unterwegs. Bitte erledige deine Aufgaben bis heute Abend. Das muss alles gewaschen sein. Fuck, ich habe jetzt echt andere Sorgen. Irgendwas? Nope. Bei Ihnen? Nein. So übel, wie der zugerichtet wurde, kann man den auch gar nicht mit Bildern von Vermissten vergleichen. So einen jungen Typ mit einer Kiste sperren, das riecht ganz stark nach... Nein. Sie sehen das doch auch. No fucking way. Jonathan, das ist ein typischer Rachemord in der organisierten Kriminalität. Können wir Ihren Bruder nicht... Ja, klar, könnten wir. Ich erreiche ihn aber gerade nicht. Haben Sie Streit? Nein, aber er ist nun mal Drogenboss. Die verschwinden halt mal ein paar Tage. Machen Sie sich keine Sorgen? Er hat mich schon mal 20 Jahre lang glauben lassen, er wäre tot. Die paar Tage machen mir nichts. Mhm. Ich schreibe ihm. Gut. Bis dahin lassen wir die Kiste untersuchen und die DNA auswerpen. Hey. Hast du das Video von Lukas gesehen? Fuck, wenn die das mit uns auch machen. Ich hau ab. Du besser auch. Den Job können wir vergessen. Ich hab die Waffe von deinem Bruder. Äh, geht die überhaupt? Ich... Bitte hilf mir, wenn du eine Idee hast, ja? Scheiße. Sie hatten recht, Önjan. Ich weiß. Aber womit diesmal? Schauen Sie sich mal an, was im Netz kursiert. Das hat mir gerade ein Praktikant in der Kaffeeküche gezeigt. Lass mich hier raus. Bitte. Ich kriege das Geld zusammen. Versprochen. Verlierst du unser Geld? Mich hier raus! Verlierst du dein Geld? Das dürfte unser Opfer sein. Wie ist denn das aufgenommen? Mit einer Nachtsichtkamera? Sieht so aus. Und definitiv OK. Hm? Sie sind lang genug hier, um zu wissen, dass OK für organisierte Kriminalität steht. Aber welche Gruppe macht sowas? Die Clans? Die Kartelle? Als Modus Operandi ist das für Bremen neu. Ich hab den Link schon an die KTU geschickt. Wer Leute wegen Geld in Kisten sperrt, der wird sich sicher nicht über einen TikTok orten lassen. Stimmt. Steht irgendwas in der Caption? Hm? Unter dem Video in der Beschreibung. Nein, nur Hashtag Rich HB. Klicken Sie da mal rauf. 2000 Euro in der Woche? Schreib DM. Bruder, wenn du es ernst meinst mit Erfolg, folge Rich HB auf Instagram. Broken Bremen? Wir helfen. Bock auf fette Karren und schnelles Geld? Geldwäsche. Komm in unsere Telegram-Gruppe. Definitiv. Ah, scheiße, zu viel. 5,3 Gramm. Wird Markus wieder schimpfen? Egal, merkt schon keiner. Ich mach einfach zu. So. Mensch, wo bleibt der nur? Der wollte doch schon ein paar Stunden? Markus, endlich. Ich hab schon... Schst. Hör gut zu. Du überweist jetzt 200.000 Euro auf folgendes Konto. Im Ernst? Geht's dir gut? Das kann man so nicht sagen. Mach bitte schnell, Joe. Aber ich bin doch... Verstehe. Warte, ich hol was zu schreiben. So. Nimm das Geld von Passagier 705. Das brauchen wir doch noch für die... Hey, keine geheimen Absprachen. Das muss an genau das Wallet. Gib nur die Nummer durch. Well, well, well. Das ist ziemlich smart. Junge Leute für Geldwäsche über Social Media anzuwerben. Und wie. Vor allem, weil die das für einen recht kleinen Anteil machen. Die Kollegen haben in letzter Zeit irre viele Geldwäsche-Vorgänge verzeichnet. Einige Konten sind sogar eingefroren. Die Dunkelziffer wird noch höher sein. Zufällig einer von den Beschuldigten unserer Opfer? Nimm. Sieht nicht so aus. Wir haben ein Problem. So siehst du auch aus. Markus hat ein Problem. Er hat viele Probleme. Was ist es diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich muss dem Geld geben. Und... Und er hat mich hierher geschickt. Verdammte Scheiße, ihr müsst mir helfen. Beruhig dich erst mal. Was ist los? Markus ist erst stundenlang nicht aufgetaucht und dann kam ein Anruf von ihm. Ich soll Geld überweisen. Ist das nicht völlig normal? Ich meine, das machst du doch immer für ihn. Ja, schon. Aber er hat den Code für das Notfallgeld genannt. Passagier 705. Das hat er noch nie gemacht. Leute, das ist echt ernst. Hat er sonst noch was gesagt? Er hat mich Joe genannt. Deswegen bist du hier. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man mit sowas umgeht. Ist es klug, das Geld zu überweisen? Ich meine, was, wenn die dann noch mehr wollen? Über wie viel reden wir denn? 200.000 Euro. Also, ich kann das machen. Wäre nur ein Klick. Ein Klick? So große Summen werden doch immer überprüft. Mir kommt die Summe für eine Entführung eher klein vor. Trotzdem wird die Bank hellhörig. Wir haben mehrere Fake-Konten, von denen wir Geld in Bitcoins umwandeln und andersrum. Da ist also immer Aktivität. Die Banken denken, wir sind eine große Holzfirma. Da fallen 200.000 nicht auf. Du überweist auf gar keinen Fall. Noch nicht. Aha. Falls Marcus wirklich eine Geisel ist, dann haben die Leute keinen Grund, ihn am Leben zu lassen, wenn das Geld da ist. Wenn sie ihm was antun, weil das Geld nicht kommt? Haben sie kein Druckmittel mehr. Yelda, warum kriege ich das ungute Gefühl? Dass das was mit unserem toten Jugendlichen zu tun hat. Was? Mit wem? Geht dich nichts an. Aber bei Marcus, da war einer. Also so ein Jugendlicher. Groß, rote Locken. Der hier? Jonathan, dein Ernst? Oh Mann, scheiße, ja. Hatte Geldprobleme und wollte einen Job. Jetzt ist Marcus weg, womöglich in Gefahr und schickt dich hierher. So sieht's wohl aus. Okay, den Toten. Kennst du woher? Ich weiß kaum was über den. Der heißt Lukas, brauchte dringend Geld, hatte Schulden bei ganz üblen Leuten. Und mit solchen Sachen kannst du ja nicht zu den Bullen gehen. Du meinst zu Polizeibaren? Und Beamtinnen. Oh, ja. Sorry. Diese Darknet und Social Media Leute, wer auch immer die sind, haben dem gedroht. Und Marcus hat gesagt, dass er mit denen nichts zu tun haben will. Wer sind die denn? Keine Ahnung. Das ist ja das Ding mit diesen Internettypen. Marcus wollte sich nicht mit Leuten anlegen, wenn er nicht weiß, wer die sind. Was weißt du noch über diesen Lukas? Äh, ich kenne die Adresse der WG, in der er wohnt. Let's go. Du fährst zu schnell. Tempo runter. Ich fahr 110. Ja, clever. Das reicht, um geblitzt zu werden. Also, runter vom Gas. Okay. Wenn du mich verarschst. Mann, hör auf, mit der Waffe rumzufuchteln. Ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren. was willst du eigentlich genau von mir? Hilfe. Kripo Bremen. Oh. Bist du Jonna? Ja. Ist das die WG von Lukas Schmidt? Ich, ich hab keine Ahnung, wo die Jungs sind. Die Jungs? Ja, ich dachte, Lukas und Chris sind zusammen weg. Chris? Ja, der wohnt auch hier. Ich, ich hab seit Stunden nichts von ihm gehört. Das ist echt seltsam. Wir wollten eigentlich, also, und der meldet sich sonst immer und jetzt sind sie hier. Chris kann ja überall sein. Das muss nichts heißen. Aber wenn es was Ernstes ist, kannst nur du uns helfen, ihn zu finden. Chris? Was ist mit Lukas? Es tut mir leid, aber Lukas ist tot. Was? Was ist passiert? Er wurde umgebracht. Wer auch immer sowas tut, ist gefährlich. Hast du irgendwas mitbekommen? War er irgendwie anders oder so? Nein, also, keine Ahnung. Jonna, es könnten mehr Leute in Gefahr sein, auch Chris. Mann. Ja? Ja, also, keine Ahnung, mit wem er zu tun hat. Der hat in letzter Zeit viel so Sportwetten und sowas gemacht. Hat er Schulden? Ja, kann schon sein. Let me guess, dann hat er Drogen verkauft? Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, wie der auf einmal Geld gemacht hat. Und Chris? Der hatte nichts mit Lukas Sachen zu tun. Du gehst vor. Ich bin direkt hinter dir. Schon verstanden. Bitte. Wer kennt diese Hütte? Niemand. Lüg mich nicht an. Mein Kollege weiß, dass es eine Hütte in Bremen Nord gibt, aber nicht genau wo. Okay, gut. Setz dich. Setz dich hin! Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du von mir willst. Du warst der Letzte, der meinen Freund gesehen hat. Was ist ein Freund? Lukas. Der war bei dir. Der wollte Hilfe an den Job. Der nervöse Schlagsegel? Ja, genau. So jemanden kann ich nicht gebrauchen. Viel zu überspannt und unvorsichtig. Mann, er hatte halt Angst. Und jetzt... hier. Lass mich hier raus. Bitte. Ich krieg das Geld zusammen. Versprochen. Holt mich hier raus. Scheiße. Ich... Ich hab damit nichts zu tun. Aber du hast ihm auch nicht geholfen. Er hat sich mit dubiosen Dealern im Netz eingelassen. Da ist er selber schuld. Scheiße, Mann. Er war mein bester Freund. Jetzt muss ich alles allein machen. Du hängst da auch mit drin. Verdammt, ich will damit nichts zu tun haben. Tja, zu spät. Du bleibst mit mir hier, bis das Geld auf dem Konto ist. Und? Habt ihr was rausgefunden? Der Mitbewohner ist auch weg. Oh shit. Entführt? Tot? Wir wissen es nicht. Aber Zufälle gibt's in unserem Job nicht. Anonyme Geldwäscher, ein Toter und ein verschwundener Teenager. Und mein Bruder ist auch weg. Fuck. Der Mitbewohner könnte da sein, wo Markus ist. Ja, aber wo? Die Rechtsmedizin. Okay, los. Du bleibst hier. Okay. Ich geh da nochmal aufs Schiff. Wenn Markus entführt wurde, dann hat er dort vielleicht einen Hinweis hinterlassen. Ich muss doch irgendwas finden. Nichts unter den Bohlen. Nichts in der Schlafkurie, keine Spuren in der Kombüse. Komm schon, Markus, du bist doch sonst immer so clever. Shit. Keine Bewegung. Oder ich schieße. So, so. Meinst du, wir sind dir wirklich sicher? Hat uns jemand verfolgt? Du bist doch der Drogenboss. Hast du da nicht drauf geachtet? Ich hatte ne Waffe am Kopf. Ja, sonst hättest du mich ja nie hierher gefahren. Verdammt, ich check lieber nochmal die Fenster. Ich, bitte, nein. Ich wollte doch nur... Oh, schau. Schön liegen bleiben. Aber... Kapierst du langsam, wo du dich reingeritten hast? Ich wollte... Ich wollte nur ein bisschen schnelles Geld und dann einfach aufhören. Schnelles Geld gibt es nicht. Oh, schau. Oh, schau. Seit dem... Seit dem Unfall... Niemand hat mir geholfen. Die Strafe soll sich aushalten. Wofür? Für die Autos, die ich angefahren habe. Mit 17. Versoffen? Ja. Wurde jemand verletzt? Nein, zum Glück. Nur Blechschäden. Setz dich da rüber. Kannst du nichts gegen die machen? Wenn ich das könnte, hätte ich das schon längst getan. Die agieren nur online. Sind so gut wie unsichtbar. Du kennst doch Leute. Oskar hat zu Lukas gesagt, dass... Oskar hätte mal lieber die Klappe gehalten. Außerdem, was soll ich von hier aus machen? Und wenn du es über mein Handy versuchst? Ich wollte die schon ausfindig machen, aber... die haben keine digitalen Fingerabdrücke hinterlassen. Das läuft alles über den Hashtag Rich HB. Ja, online. Aber irgendjemand von denen muss auch hier vor Ort sein. Vielleicht kann eine Bekannte von mir rausfinden, wer das ist. Eine Hackerin? So in der Art. Ja, dann hier, okay. Nimm das Handy. Ich soll dich hier allein lassen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Ich heiße Chris. Chris Benedikt Nowak. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Mein Code ist 120319. 120319. Dein Geburtstag ist das nicht. Der Tag des Unfalls. Gut. Du gehst nicht vor die Tür und das Licht bleibt aus. So. Das haben wir auch. Jetzt nur noch die Leber. So. Ah. Hallo. Hallo. Und? Die haben mehrfach auf ihn eingeschlagen, bevor sie ihn in diese Kiste gepackt haben. Dort ist er dann erstickt. Das zeigen die kleinen, diese, diese kleinen violetten Flecken hier. Sehen Sie? Mhm. Außerdem hat er Einblutungen in den Schleimhäuten. Er war also schon tot, als er mit der Kiste in die Weser geworfen wurde. So sieht's aus. Gibt's dann irgendwelche Spuren? Nein. Klare Spuren wie fremde DNA, Fingerabdrücke, Faserspuren, Fehlanzeige. Die wollten, dass er gefunden wird. Wie kommen Sie drauf? Sie wissen mit Sicherheit, dass Stahlblech nicht richtig untergeht, weil ja Luft in der Kiste ist. Hätten die schwereren Stahl verwendet, dann hätten wir den Jungen nie gefunden. Die wollten andere damit warnen. Abschreckung genug. Okay. Gibt's nicht irgendwas, das uns Aufschluss geben könnte, wo er war, bevor er in die Weser geworfen wurde? Wir haben getrockneten Matsch am Deckel innen gefunden. Sehr kohlenstoffhaltig. Stammt aus einem Moor. Ah. Zusammen mit den Berechnungen zur Fließgeschwindigkeit der Weser deutet alles auf die Wesermarsch hin. Konnten Sie das Gebiet eingrenzen? Ja. Und zwar hier. Im Umkreis von 10 Quadratkilometern. Wie sollen wir denn auf die schnelle 10 Quadratkilometer durchsuchen? Tja, da kann ich euch leider nicht helfen. Hallo, das ist die Mailbox von Oskar. Nachrichten nach dem Piep. Oh Mann, wo ist der denn? Shit. Da stimmt was nicht. Ist das... Oskar! Wo kommt denn das scheiß Blut her? Gott. Oskar. Komm. Komm. Komm, wach auf. Bitte. Komm schon. Komm. Ja, komm. Komm. Er hat mich einfach... Da bist du ja... Einfach... Einfach Wumms. Was? Wer? Bart. Bart? Ist das ein Name? Langer Bart. Braun. Wer konnte ich so schnell nicht sehen? Hatte einen Helm auf. Okay. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Kannst du... Kannst du aufstehen? Komm. Wir müssen hier weg. Du hast... Ja, 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 klar. Komm. Hier, hier. So. Langsam, langsam. Danke. Danke, Markus. Wir sind voll für heute. Hab nur eine kurze Frage. Wolf Tattoo oder Tribal? Man soll meine Leiche lieber anders identifizieren. Wie bitte? Markus, was ist los? Oskar wurde zusammengeschlagen. Oh, scheiße. Ich glaube, Rich HB steckt dahinter. Gieske, weißt du mehr über die? Ich weiß, dass die im Darknet unterwegs sind. Mehr aber auch nicht. Hier. Auf diesem Handy sind Chatverläufe mit Rich HB. Und Transaktionen. Bitte finde so viel raus, wie du kannst. Ich habe meine Raten erhöht. 20 Prozent. Inflation. Das sind ja kriminelle Preise. Das ist ja auch ein kriminelles Geschäft. Du meldest dich. Wie immer. Wissen Sie überhaupt, was Sie da tun? Lassen Sie mich. Aber wenn die Drohne nur ein Meter über dem Boden ist, hilft uns das nicht. I'm working on it. Wir können doch einfach Satellitenbilder anfordern. Come on. Zu Fuß alles abgehen ist schneller als das. So, jetzt. Jetzt. Nur noch ein bisschen nach links. Da ist aber ein Baum. Bloody hell. Baum. Soll ich? Ja, bitte. Okay, Satellitenbilder sind bestellt. Wie geht's dir? Kopfschmerzen. Ich hab noch Trank. Das dämpft den Schmerz. Willst du? Äh, nee. Nee, nee. Lass mal. Ja, Gieske? Also, Markus. Das Telefon war recht aufschlussreich. Ja, dieser Hashtag RichHB ist von mehreren Accounts verwendet worden. Die laden auch alle die gleichen Videos hoch, damit, wenn einer gelöscht wird, der andere online bleibt. Ja, so kriegen die mehr Aufmerksamkeit und sind schwieriger zu verfolgen. Ja, ja. Die neuen Accounts, von denen auch das Video von dem Jugendlichen in der Kiste gepostet worden ist, haben alle die gleiche IP wie die von einem Fake-Account namens Zyklop75. Sagt dir das was? Zyklop75? Ja. Nein, so spontan nicht. Zyklopen? Vielleicht jemand mit nur einem Auge. Vermutlich eher ein Mann. Ja, denke ich auch. Ich hab ein paar Leute drauf angesetzt. Melde mich wieder. Oskar. Was ist mit dir passiert? Ich wurde niedergeschlagen. Markus hat mich hergebracht. Er ist wieder aufgetaucht. Thank God. Ist er so zugerichtet wie du? Nein, nein. Konntest du sehen, wer dich angegriffen hat? Großer Mann, langer, brauner Bart. Oh, mein Kopf tut so weh. Hier, da. Danke. Mein Bruder weiß aber schon, dass Polizei und Krankenhaus nicht das gleiche sind. Markus meint, hier bin ich sicherer. Stimmt. Du kannst dich da hinten hinsetzen. Okay. Brooks? Ja, einen Moment. Bröhrs. Harms. Aha. Gurdelöschen. Gott, nichts. 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 Boah. Kann ich auch irgendwas machen? Du. Auf dem Polizeirevier. Muss ja keiner wissen. Und ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Scharf beobachtet. Aber nein. Was machst du denn gerade? Ermitteln. Wie denn genau? Hast du kein Handyspiel oder sowas? Nee. Sag schon. Ich prüfe Satellitenbilder von der Wesermarsch. Und auf dem anderen Bildschirm ist das Melderegister und das Handelsregister. Aha. Jedes Haus, was man in diesem Moorgebiet sieht, gleiche ich mit den Daten der Register ab. Und suchst nach was? Alles Auffällige. Dubiose Firmen in alten Wohnhäusern als Mieter. Einzelpersonen, die in großen Häusern wohnen und von denen es wenig Informationen gibt. Sowas halt. Aber woher weißt du, was auffällig ist? Bauchgefühl. Das dauert doch Stunden. Tja. Unjan. Ja. Danke für den Rückruf. Ein Moment. Hm. Ist sie weg? Jo. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Nee. Nee, das auch nicht. Aber das, cool, ja. Das sieht doch total verdächtig aus. Was machst du da? Häuser mit Meldedaten abgleichen. Bei dir hackt's wohl. Sonst kommt die doch nie voran. Unjan, kommen Sie. Wir haben alle Chats und Daten der Computer von Lukas und Chris ausgewertet. Und wir müssen nochmal mit dieser Jonna reden. Okay. Good cop, bad cop. Sowas von. Ich mach dann mal weiter. Nein! Habt ihr Chris gefunden? Nein, noch nicht. Aber wir haben Lukas und Chris Computer ausgewertet. Kurz. Du weißt mehr, als du uns sagst. Was meinen Sie? Tu nicht so. Guck mal, Jonna. Du weißt, wie Lukas aus den Schulden gekommen ist. Es ist wirklich wichtig, dass du uns hilfst. Vor allem für Chris. Hier. Lukas hat dir geschrieben. Ich hole kurz die Karten, mach alles fertig und dann kann ich dir die Miete überweisen. Ja, es geht um Spielkarten. Aha. Und deswegen antwortest du, krass wie schnell das geht, dass du dann direkt deinen Anteil hast. Und ich glaube nicht, dass du davon redest, dass er dir Uno-Karten besorgt hat. Ja, ist ja gut. Also, was läuft da? Du musst uns schon alles erzählen, wenn wir deinen Freund finden sollen. Lukas hat Geld gewaschen. Er hat Geld bekommen, das transferiert und weitergeleitet. Wie hat er es weitergeleitet? Das weiß ich nicht so genau. Weißt du denn, von wem das Geld kam und wo er es hinüberwiesen hat? Keine Ahnung. Ich wollte da gar nicht so tief mit reingezogen werden. Komm, irgendwas hat er bestimmt noch gesagt. Naja, das war so ein TikTok-Kanal, über den er da rangekommen ist. Der hier? Girl, wenn du easy reich werden willst, schreib DM. Want more money? Klicke hier. Endlich volles Konto? Komm in unsere Gruppe. Ja, kann sein. Und er hat da keinen richtigen Kontakt gehabt? Nein, das ist ja der Witz an dieser Methode. Niemand weiß, für wen er arbeitet. Bist du dir sicher? Ja. Ja, ich wollte erst keine Snitch sein, aber... Okay, dann glauben wir dir mal. Hä, denken Sie mir, ist das scheißegal? Mann, ich mach mir doch auch Sorgen. Finden Sie Chris, bitte! So. Verdammt. Wieso steht denn das Fenster offen? Scheint sonst alles okay zu sein. Hallo? Chris? Mann, ich hab ihm doch gesagt, er soll in der Hütte bleiben. Chris. Chris, bist du... So, hab alles gemacht. Geld über den üblichen Weg, ja. Wie? Du willst es abhauen? Wir haben doch noch diese andere Geschichte. Okay. Aber ich krieg schon meine Kohle, ja? Hör mal, ich muss meine Familie ernähren. Das ist so genial, dass wir zu dem Haus gehen, das ich gefunden hab. Könntest wenigstens mal Danke sagen. Ist schon schlimm genug, dass wir dich mitnehmen. Ihr hättet mich auch da lassen können. Mhm, ist klar. Ein richtiger Polizeieinsatz. Schnauze. Also, das da vorne ist auf jeden Fall das Haus, das ich auf den Bildern gesehen hab. Und du bist dir sicher, dass es von einer Fake-Firma gemietet wurde? More, more Enterprise. Also, das check sogar ich, dass das nicht echt ist. Mehr, more. Das ist schon witzig. Ach, da steht eine Person am Fenster. Hat die eine Waffe in der Hand? Ich kann's nicht genau erkennen. Und jetzt? Gehen wir rein und du bleibst hinterm Busch. Polizei, Hände hoch! Polizei! Gesichert. Gesichert. Geht hier nach links. Sie hätten das echt nicht alleine machen sollen. Schau noch in Ruhe, jetzt. Da. Drei. Zwei. Polizei, Hände hoch! Was ist denn hier los? Die Hände! Was wollen Sie von mir? Wo ist Chris? Hä? Junge Frau, ich kenne keinen Chris. More, more Enterprise. Mit dieser Fake-Firma haben Sie das Gebäude vor drei Wochen erst gemietet. Tun Sie nicht so. Was? Das ist meine Kampfmittelräumfirma. Ich räume die Moore frei und bessere so meine Rente auf. Wissen Sie, wie viele Patronen und Ähnliches da noch aus dem Zweiten Weltkrieg rumliegen? Das heißt, wenn wir uns hier umschauen, werden wir keine versteckte Geisel finden? Nur einen Haufen Gummistiefel. Aber gucken Sie sich gerne um. Das machen wir. Vorsicht, das hat einiges gekostet. Bitte, muss das rein? Warum ist die Polizei hier? Was soll das? Ich habe nichts getan. Das werden wir schon sehen. Wir müssen auch draußen checken. Hier ist niemand. Auch im Hof nicht. Ich habe alles abgesucht. Ich glaube, wir sind hier falsch. Sorry. Was ist das? Was ist das hier? Oh, fuck. Fuck. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hallo? Hallo? Hey. 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 Hallo? Hey. Scheiße. Was ist das hier alles? Hey. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh. Mein Kopf. Chris? Chris? Ja? Markus? Ja. Mach mal das Licht an. Hast du ein Handy? Hast du ein Handy, Chris? Was? Hey. Was soll das? Sorry. Ich wollte wissen, ob du... Was? Nein. Wieso? Das hast du doch. Was? Hast du was rausgefunden? Ja. Ja, ein bisschen. Kennst du Zyklop 75? Keine Ahnung. Ist das ein Nickname? Ich glaube nicht, dass er dabei war. Hat dir schon mal... einen Typ... einen langen, braunen Bart aufgelauert? Was? Können wir das vielleicht im Hellen klären? Ich denke nicht. Hä? Was? Was ist das hier? Schrank? Warum... sind hier bei der Wände? Hast du mich eingesperrt? Ich war das nicht. Was? Was meinst du? Wir sind in einer Kiste. Oh Gott. Verdammte Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben ein neues Video gepostet. Wir hätten einfach das Lösegeld überweisen sollen. Oh Mann. Hier, sie haben ihn. Hier, guck. Markus. Und Chris. Fuck, ist der schon tot? Die sind in einer Kiste. Oh fuck. Fuck. Wenn ihr die beiden Männer wiederhaben wollt, dann zahlt 500.000 Euro in Bitcoins. Die Wallet-ID ist in der Caption. Wir müssen die da rausholen. Wenn wir nur wüssten, wie lange die da schon drinstecken. Scheiße. Ich überweise die Kohle. Okay. Was? Ja. Jetzt zählt jede Minute. Es ist unsere einzige Chance. Wir sollten versuchen, das Empfänger-Wallet von den Bitcoins zu orten. Oh Gott, wenn er jetzt stirbt. Vor allem dürfen wir jetzt keine Zeit verlieren. Okay. Dann überweise ich jetzt. Sekunde. Jetzt. Ich bin ready. Ortung aktiviert. So, das Empfänger-Wallet ist auf Erna Topmüller registriert. Erna Topmüller? Meldeadresse ist das Seniorenheim Riensberg. Na dann, los. Reden wir mit Bitcoin, Erna. Oh, hallo. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Yelda Üncan und das ist mein Kollege, Jonathan Brooks. Wir sind von der... Oh, ich weiß es. Woher denn das? Sie sind von der Rentenkasse, wegen des Schreibens. Nein, nein. Wir sind von der... Ja, das ist aber schön, dass Sie hier persönlich kommen. Und dann auch noch so gut aussehende Leute. Also kommen Sie doch erst mal rein. Wir sind aber von... Oh Gott. Oh Gott, Scheiß. Hast du Kiste gesagt? Kiste, ja. Wie Lukas schon. Fuck. Hey, hey. Fuck. Chris, bleib ruhig. Ruhig. Bleib ruhig. Wir sterben, Alter. Wir werden hier gleich beide sterben. Chris, bitte. Wie groß ist das Ding? Geh ihm aus dem Weg. Wo soll ich denn hin? Hier kommt nichts hin. Fuck. Hey. Chris. Hey. Lass mich raus. Ich besorge euch das Scheißgeld. Echt jetzt. Lass mich raus. Hör auf damit. Hör auf damit. Du verbrauchst hier den ganzen Sauerstoff. Wenn ich tot bin, dann kriegt ihr doch eh gar nichts. Bitte. Bitte macht einfach auf. Ich mach alles. Alles. Was war das? Was hast du gemacht? Das Kabel rausgerissen. Bist du bescheuert? Wir haben für circa 14 Stunden Sauerstoff in dieser Kiste. Wenn du hier rumschreist, weniger. Außerdem. Hast du jemals davon gehört, dass Entführer Geiseln aus Mitleid entlassen? Die haben uns in diese Kiste gesteckt. Okay. Okay, verstehe. Aber wenn Sie uns filmen wollen, um Lösegeld zu erfrechen? Wir sind seit circa einer Stunde hier drin. Wir haben genügend Material. Mann, warum bist du so fucking abgeklärt? Finde ich gar nicht. Das wirkt aber so. Was wollen die mit uns? Umbringen? Was und sonst? Das bringt Ihnen doch nichts. Lukas hat sich auch umgebracht. Um ein Exempel zu statuieren. Was? Um anderen klarzumachen, dass sie es ernst meinen. Ein bisschen Druck. Und schon strecken sich alle mehr an, ihre Schulden zu bezahlen. Hast du das Geld überwiesen? Ich denke schon. Denke schon? What? Das war meine letzte Chance. Ich hab das delegiert. Du warst doch dabei. Und mach der, was du sagst. Die hätten mich doch nicht entführt, wenn das Geld an mir kommen wäre. Das kann schon mal ein paar Stunden dauern. Oh, also die Polizei, das ist ja aufregend. Aber was wollen Sie denn von mir? Das wissen Sie ganz genau. Nein, junger Mann. Da bin ich wirklich überfragt. Mhm. Und die 500.000 Euro in Bitcoin, die Sie gerade überwiesen bekommen haben? 500.000? Sie machen Scherze. Gnädige Frau, auf Ihr Bitcoin-Wallet wurden soeben 500.000 Euro überwiesen. Auf mein... Bitte was? Ihr digitales Konto, das auf Ihren Namen eröffnet wurde. Das Geld stammt aus einem Verbrechen. Und wir haben wirklich keine Zeit dafür, so zu tun, als wüssten Sie nicht, worüber wir reden. Aus einem Verbrechen? Das ist ja schrecklich. Aber warum sollte mir jemand 500.000 Euro überweisen? Wo bewahren Sie denn Ihren Computer auf? Computer? Sowas habe ich gar nicht. Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir waren doch nicht fertig. Doch, waren wir. Und weshalb? Weil die Oma ein Foto auf ihrer Kommode hatte. Von ihrer Enkelin. Was wollen Sie? Du weißt, wo Sie sind. Wo wer ist? Tu nicht so. Wir haben uns gerade mit deiner Oma unterhalten. Los, hinterher! Au! Wo ist Chris? Das weiß ich nicht. Echt, Mann? Was hast du mit Rich HB zu tun? Ich will einen Anwalt. Hilf mir mal. Na los, auf drei. Eins, zwei, drei. Du musst kräftiger drücken. Das bringt doch nichts. Sie haben uns begraben. Vielleicht nicht tief. Scheiße! Ich bin erst fucking 21. Sagst du, das Leben wird noch besser? Wird's nicht? Du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Vielleicht ist es irgendwann einfach gut. Wenn du eine Sache anders machen könntest in dem ganzen Leben, was wäre das? Meine Eltern warnen, dass sie nicht in das Auto steigen. Sind sie... Sind sie tot? Ja. Ist lange her. Du hast ein betrunkener Jugendlicher. Nein. Ich trink nicht mehr seitdem. Sollen wir einen Abschiedsbrief verfassen? Schaltlatten. Briefe. Fotos. Gedichtbände. Was? Die haben alles von ihnen weggeworfen. Den Container. Nicht mal mehr durchgesehen. Ich habe all die Jahre versucht, es irgendwie wieder gut zu machen. Sie zu rächen. Und jetzt sitze ich hier und habe nichts erreicht. Du brauchst dir was auf. Du sammelst Dinge, die dir wichtig sind, behältst Briefe, Bilder, Bücher. Und am Ende kommt jemand und schmeißt alles weg. Das kann keiner verstehen, warum dir was wichtig ist. Ich habe noch das Nummernschild von dem Auto, von unserem Auto. Damals, bei meinen Eltern, habe ich niemanden gefragt, ob ich was behalten möchte. Ich habe nicht mal mehr ein Foto. Ich dachte nie, dass alles im Kopf so verschwindend, so unscharf wird. Dass man seine Eltern nicht mehr genau erinnert. Wie alt warst du? 17. Scheiß, Alter. Nein, 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 nein. Das dauert alles zu lange, bis ihr Anwalt hier ist. Die Zeit haben wir nicht. Wir müssen Marcus da rausholen. Könnt ihr nicht ein bisschen härter mit ihr umgehen? Mit einem Taser oder so? Geht's noch? Ich dachte ja bloß. Uns wird sie nichts sagen, dir aber vielleicht schon. Nee, nee, nee. Ich bin nicht der Typ für sowas. Sie ist gefesselt und du auch, damit es glaubhaft ist. Was? Ich auch? Wenn du mit Handfesseln in einem Warteraum der Polizei sitzt und da kommt dann einer rein, der nicht gefesselt ist und will Informationen von dir. Traust du ihm? Nein, natürlich nicht. Eben, aber Kriminelle unter sich? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Okay, ruhig. Ruhig, Oskar. Ruhig, ruhig. Gut. Ich mach's. Aua! Ihr tut mir weh. Heul nicht rum. Setz dich da hin. Ihr beide benehmt euch, bis eure Anwälte da sind. Scheißkopf. Und? Erstes Mal? Bitte? Ob du das erste Mal verhaftet wurdest? Ja. Ha? Du hast hoffentlich nichts gesagt. Nur ein paar Beleidigungen. Sehr gut. Die Einstellung gefällt mir. Was hast du denn angestellt, dass du bei der Kripo landest? Nichts. Und du? Jetzt komm schon aus. Auch nichts? Also, ähm, Rache. Hm? Ich hab meinen Chef gerecht. Jemand hat ihn entführt und verletzt. Und sowas lass ich nicht auf mir sitzen. Versteh ich. Ich wusste von Anfang an, dass mit der was nicht stimmt. Bei mir so ähnlich. Hey, jemand hat deinen Chef auch entführt? Nein. Aber das Geld meiner Chefs. War es viel? 200.000. Wow. Ja. Hast du Angst vor denen? Ja. Komplett. Fuck, genau. Scheiße. Okay, come on. Mit wem hast du es denn zu tun? Keine Ahnung. Du begehst Verbrechen, die dich in den Knast bringen können? Für jemanden, von dem du noch nicht mal weißt, wer das ist? Ich begehe gar keine Verbrechen. Ach klar. Stimmt. Ich leite Geld um. Mehr nicht. Wie? Umleiten? Ich bekomme Geld. Das schicke ich an irgendwelche Kids zu kleinen Teilen. Die buchen das dann ab und kaufen damit Guthabenkarten. Und die Karten gehen dann zu dir? Und ich leite sie weiter. An den, den du nicht kennst? Genau. Ich bin quasi sowas wie die regionale Leitung. Und wofür braucht die Person so viel Handy-Guthaben? Doch, kein Handy-Guthaben. Ah. So Karten, die du überall wieder einlösen kannst oder in andere Währungen tauschen kannst. Ah. Ja, ist natürlich klug. Ja. Es sei denn, die Kids zahlen das Geld nicht zurück. Wie alt sind denn diese Kids? Ja, so Anfang 20 höchstens. Bekommt man easy über Social Media geködert. Und für Problemfälle gibt's da noch so einen krassen Typen. Cool. Was? Nein, überhaupt nicht. Es ist alles total eskaliert. Scheiße. Wie denn? Mann. Der sollte einfach nur mein Geld wiederholen und jetzt den Leuten führt und alles. Shit. Jetzt komm schon, Oskar. Wie heißt der denn? Also, vielleicht kenn ich den ja. Ich hab gedacht, ich hab das im Griff. Erst war das auch nicht so schlimm, aber als immer mehr Leute nicht gezahlt haben... Und wo hast du den her? Okay. Auch über Social Media? Nein, Quatsch. Kennst du dich mit dem Darknet aus? Ich? Nee. Ja, da hab ich den her. Nie gesehen, nie getroffen. Er kümmert sich und bekommt seinen Teil. Und die Zentrale hat gesagt, der ist okay. Und jetzt sitz ich hier. Aber du brauchst den, weil... Weil... Wenn ich das Geld nicht zurückgebe, bringen die mich um. Shit. Ja. Die letzten Tage waren einfach die Hölle. Weißt du, was er mit den Leuten macht? Oder wo er sie hinbringt? Nein. Es liegt voll bei dem. Und smart. So kannst du, selbst wenn du wolltest, nichts über vermeintliche Opfer auch sagen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das alles so smart war. Liebe Kollegen. Was? Wir sind hier fertig. Fuck, Oskar. Was? So, dann nehm ich dich mal mit. Hey! Was soll das? Ich... Ich hab doch nur mit dem Knacki da geredet. Sorry. Ich bin gar kein Knacki. Das... Tut mir leid, ja? War wichtig. Verdammt! Warum hast du nicht nach Marcus und Chris gefragt? Was? Das ging doch nicht. Ich musste doch erstmal ihr Vertrauen gewinnen. Ja, das hattest du doch. Fuck! Noch zwei, drei Fragen mehr. Immerhin wissen wir jetzt, wie sie tickt und arbeitet. Toll, aber nicht, wo Marcus und Chris sind. Uns läuft die Zeit weg. Sie hat was von einem Mann fürs Grobe aus dem Darknet erzählt. So unendlich viele gibt's davon in Bremen nicht. Ich glaub, ich hab eine Idee, wen ich fragen könnte. Ich hab mehrere Bons in meiner Jacke gefunden. Und einen Kuli. Also, falls du noch etwas für andere aufschreiben willst. Ich hab das eben versucht für meinen Bruder, aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt lesen kann. Das war irgendwie... Wir müssten zu filmen. Mein Bruder und ich... Der hat sich auf so einem Zettel... Weißt du, was du schreiben willst? Chris? Chris? Hey! Hey, du darfst nicht einschlafen. Wenn du wegen des Sauerstoffmangels ins Koma fällst, dann ist das nicht gut. Hey! Hey, hörst du mich? Chris? Bitte, Chris. Nun komm schon. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Hilfe! 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 Ich bin sie Masochist. Oh fuck. Was? Wieso? Das ist doch nicht gesund. Und sich ständig das Video von ihrem Bruder in der Kiste anzusehen. Ich suche nach Hinweisen. Verstehe. Das ist das. Hören Sie das? Fuck. Das Geräusch? Fuck. Ja. Das könnte uns helfen. Hm? Wir suchen eine Bahnstrecke an der Weser, auf der heute gearbeitet wird. Warum? Rottenwarnung. Explain it. Wenn an Gleisen gearbeitet wird, gibt es immer dieses akustische Signal. Das da. Hören Sie? Das warnt die Arbeiter vor herannahenden Zügen. Und wie viele Gleisarbeiten gibt es gerade in Bremen und Umgebung? Keine Ahnung, aber das finden wir raus. No Complains. Tattoo Studio. Hallo. Gieske? Ja. Hier ist Oskar. Oskar von Markus. Hör mal. Rich HB hat ihn. Scheiße. Echt? Ja. Und die haben wen angeheuert dafür. Einen fürs Grobe. Der ist auch im Darknet. Ach, deshalb ist er die ganze Zeit nicht ans Telefon gegangen. Ich sollte doch diesen Zyklop 75 finden. Und? Hast du? Also, wir glauben, dass es Ronny Augenthaler ist. Der hat früher in meinem Laden gewaschen und auch schon mit Kolumbianern Geschäfte gemacht. Ein seltsamer Typ. Wie sicher seid ihr? Hm, ziemlich sicher. Zyklop 75 taucht in mehreren Foren auf. Hm. Immer mit so einer Rune als Pick. Wortwahl ist auch immer ähnlich. Könnte der das sein? Mein Researcher hat in einem uralten Motorhead-Forum zu Zyklop 75 ein Foto gefunden und darauf ist Ronny Augenthaler. Traust du dem das zu? Technisch ist er fit. Ich wurde von einem niedergeschlagen. Ziemlich langer, brauner Bart. Recht bullig. Kommt hin. Wohin Bremen wohnt er? Keine Ahnung. Hat früher mal was von einem Bauernhof in der Wesermarsch erzählt. Jetzt kommen sie schon. Da drüben, das ist doch das Haus von diesem Zyklop 75. Auf jeden Fall ist hier jemand mit Namen Augenthaler gemeldet. Und da. Gleisarbeiten. Moin. Moin. Alle auf Position? Warten auf Einsatzbefehl. Kann losgehen. Wir machen auf. Ihr kommt nach. Ja, auf mein Kommando. Ready, Unschal? Holen wir die da raus. Zugriff. Blendgranate. Polizei. Polizei. Hände hinter den Kopf. Polizei. Waffen runter. Wo sind sie? Was? Ich weiß gar nicht, wovon ihr reden. Schnauze. Jonna hat dich verraten. Zyklop 75. Jonna, wer soll das sein? Auf diesem Grundstück sind zwei Leute vergraben und du hast Videos von ihm verbreitet. Halt bis zu euch. Da hinten ist noch einer. Los. Wo sind sie? Spuck's aus, du mieses Arschloch. Das ist Polizeigewalt. Hey, Jonathan. Sag mir, wo sie sind. Jonathan, beruhigen Sie sich. So hilft er uns nicht. Habt ihr schon was? Nichts. Wir müssen nachdenken, Gelder. Wie geht er vor? Er versteckt sie, wo sie niemand findet. Und niemand hört. Da. Hinten, bei den Stallungen. Rechts. Kommen Sie. Scheiße. Wo sind die? Markus. Markus. München, die Runde haben was. Hinter der Tenne. Was? Scheint eine Spur zu sein. Auch das Bodenradar schlägt an. Jonathan, kommen Sie. Schnell. Ist der RTV schon da? Ja. Rettungsteam kommt. Schneller. Das muss doch schneller gehen. Ruhig, Jonathan. Ich grab doch schon. Schneller. Da, da ist sie. Ich brüche sie auf. Hey, hey, stopp. Wir haben Werkzeug. Das ist effizienter. Schnell. Rettet den Jungen. Benko. Mal Platz. Aus dem Weg. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Gott sei Dank. Hier. Hier. Sauerstoffgerät. Ganz ruhig, Junge. Du bist in Sicherheit. Oh, fuck. Wir bringen dich jetzt ins Krankenhaus, ja? Du machst Sachen. Dieses Mal war es wirklich ganz schön knapp. Danke, Joe. Danke. Wirklich, wirklich vielen Dank. Dein Bruder ist Bulle. Wenn du es jemandem erzählst, hätt ich dir meine Leute auf dem Hals. Okay, okay. He's kidding. Los, Leute. Tragt ihn zum RTW. Hey, Markus, du solltest dich auch durchchecken lassen. Am besten, wir bringen dich ins Krankenhaus. Markus? Ich glaube, ihr Bruder ist kein so großer Fan von so vielen Polizisten. Zu heiß gewaschen. Ein ARD-Radio-Tatort von Ben Alexander Safir und Janine Lüttmann. Es spielten... Yelda Üncan. Aysima Ergen. Jonathan Brooks. Jeremy Mockridge. Markus. Jens Wafritschek. Oskar. Julian Greis. Chris. Oskar Hoppe. Jonna. Vanessa Läubel. Zyklop 75. Hans Löw. Und viele andere. Ton und Technik. Sven Kohlwaage. Kai Schliekelmann. Sebastian Ohm. Und Chris Richter. Regieassistenz. Leo Schenkel und Sarah Veith. Besetzung. Diane Hoffmann. Dramaturgie. Dina Kokali. Komposition. Christian Decker. Regie. Janine Lüttmann. Eine Produktion von Radio Bremen 2024 für den ARD-Radio-Tatort. Der ARD-Radio-Tatort. Alle verfügbaren Folgen exklusiv in der ARD-Audiothek. Mach die Vase nicht kaputt, du verrückte Typ. Das ist das letzte Stück in diesem Haus, das mir gehört. Wie lange ich gebraucht habe, meinen Selbstwert wiederzufinden, du erbärmliches Monster, wegen all dieser Scheiße, die du jeden Tag von dir gegeben hast. Hey. Jeden verfluchten Tag. Elisa. Ich hasse dich. Ah. In der ARD-Audiothek findest du eine packende Podcast-Serie. Worüber man nicht spricht. Ein Psychothriller von Sophie Sumburane. Am Ende einer toxischen Beziehung. Verleumdung, Stalking und sexuelle Gewalt werden für Elisa und Stefan zum Psycho-Horror. Wo bleiben die Kinder, wenn alles außer Kontrolle gerät? Elisa stößt im Internet auf Indizien, die darauf hindeuten, dass Stefan mit dem tragischen Schicksal von fünf Frauen in Verbindung steht. Ist er ein Serienmörder? Worüber man nicht spricht. Podcast-Serie in sechs Teilen. Jetzt in der ARD-Audiothek. Hör doch mal rein. Elisa. Jenny König. Stefan. Sascha Nathan. Und als Erzählerin Anne Ratte-Polle. Regie. Kirstin Petry. Today is off the war, losing the grip under your feet. The prickle of sparkling bubbles is real. Dive in, dive out. Hear the laughter of the gals. Watch the waves that rock the boats. Und Edukle��. Beat in the breath. Ver Untertitelung des ZDF, 2020